Dein Hund ist dein bester Freund und genau deshalb versuchst du, ihn jeden Tag aufs Neue vor unangenehmen Situationen zu bewahren. Aber auch der am besten behütetste Hund kann nicht vor allem beschützt werden. Es gibt Dinge, die unsere sensiblen Vierbeiner in Angst und Schrecken versetzen, oftmals ohne, dass wir es überhaupt bemerken. Welche Dinge das sind, erfährst du im folgenden Video. Gerüche Wenn es ums Schnüffeln geht, ist dein Hund ein wahrer Meisterdetektiv. Sein Riechorgan ist so fein, dass er sogar die kleinsten Nuancen verschiedener Gerüche wahrnehmen kann. Doch diese Sensibilität kann auch zur Last werden. Stell dir vor, du spazierst mit deinem Fellfreund durch den Park und plötzlich zuckt er zusammen. Was ist passiert? Seine empfindliche Nase hat einen Geruch aufgeschnappt, der in ihm Unbehagen oder sogar Angst hervorruft. Und das, obwohl du selbst diesen Geruch vielleicht gar nicht bemerkst. In solchen Momenten wird deutlich, wie unterschiedlich die Wahrnehmungswelten von Mensch und Hund sein können. Unbekannte Objekte Hast du schon mal ein neues Möbelstück in deine Wohnung gestellt und festgestellt, dass dein Hund diesem mehr als skeptisch gegenübersteht? Für uns Menschen mag etwas Neues eine willkommene Abwechslung sein. Für deinen Vierbeiner kann es jedoch wie ein Alien aus einer anderen Galaxie wirken. Er versteht nicht, was dieses unbekannte Objekt in seinem Revier zu suchen hat und wie er damit umgehen soll. Diese Unsicherheit kann zu Stress und Ängsten führen. Ein einfacher Trick, um deinem Hund die Angst zu nehmen, ist das Bekanntmachen. Gib ihm dafür die Möglichkeit, das Objekt ausgiebig zu beschnuppern. Zeig ihm, dass keine Gefahr davon ausgeht oder platziere einen ihm vertrauten Gegenstand darauf. Schlitterpartie Ein Zuhause mit verschiedensten Bodenbelägen kann für deinen Vierbeiner eine echte Herausforderung sein. Stell dir vor, du müsstest plötzlich auf einer Eisfläche laufen, wo du doch normalerweise weichen, sicheren Untergrund gewohnt bist. Genauso kann sich dein Hund fühlen, wenn er beispielsweise von einem flauschigen Teppich auf einen glatten, rutschigen Fliesenboden wechselt. Die Unsicherheit beim Laufen kann für ihn beunruhigend sein und Stress auslösen. Deshalb ist es hilfreich, rutschfeste Matten auszulegen oder den Hund langsam an die neuen Gegebenheiten zu gewöhnen, damit er sich sicher und geborgen fühlt. Laute Töne Für die sensiblen Ohren deines Vierbeiners können alltägliche Geräusche, wie der Lärm einer vorbeifahrenden Müllabfuhr oder das Dröhnen einer Baustelle, zu einer wahren Qual werden. Diese lauten Töne sind nicht nur störend, sondern können deinen Hund auch ernsthaft verängstigen. Sein Gehör ist weitaus empfindlicher als das des Menschen, weshalb er auf solche Geräusche oft mit Stress oder sogar Panik reagiert. Einige Hunde suchen dann Schutz bei ihrem Halter oder versuchen, sich in einen ruhigen Raum zu verkriechen. Es ist hilfreich, solche Stressfaktoren zu erkennen und gegebenenfalls für eine ruhigere Umgebung zu sorgen. Licht und Schatten Du magst es kaum glauben, aber ja, auch simple Schatten und Lichtreflexe können für deinen Hund eine Quelle der Verwirrung oder sogar Angst sein. Stell dir vor, du siehst plötzlich eine unerklärliche Bewegung an der Wand. Du würdest dich wahrscheinlich auch erstmal erschrecken, oder? Genau das passiert deinem Vierbeiner, wenn er auf einen tanzenden Schatten oder einen funkelnden Lichtpunkt trifft. Manchmal versuchen Hunde, diese Eindringlinge zu fangen oder zu verbellen. Wenn dein Hund besonders sensibel auf solche optischen Reize reagiert, kann es hilfreich sein, die Lichtverhältnisse anzupassen oder beruhigend auf ihn einzuwirken. Allein sein Viele Hunde sind sehr anhänglich und das aus gutem Grund. In der Wildnis wäre die Abwesenheit eines wichtigen Rudelmitglieds ein ernsthaftes Problem. Deshalb kann das Alleinsein für deinen Vierbeiner eine echte Stressquelle sein. Er vermisst nicht nur die Gesellschaft, sondern auch das Gefühl der Sicherheit, das du ihm gibst. Insbesondere Hunde, die unter Trennungsangst leiden, können in deiner Abwesenheit sehr unruhig werden. Sie bellen vielleicht, zerstören Dinge oder zeigen andere Anzeichen von Stress und Unbehagen. Es ist wichtig, deinen Hund schrittweise durch sehr kurze und dann immer länger werdende Trennungsphasen an deine Abwesenheit zu gewöhnen und dabei positive Assoziationen bei ihm zu schaffen. Dein Hund muss lernen und verstehen, dass du immer wieder zu ihm zurückkommst. Dann ist seine Angst bald passé. Tierarztbesuche Kaum ein Vierbeiner tritt freiwillig eine Reise zum Tierarzt an. Die unbekannte Umgebung, gepaart mit einer Vielzahl an Gerüchen von Desinfektionsmitteln bis hin zu anderen Tieren, kann deinem Hund schnell den Angstschweiß auf die Stirn treiben. Dazu kommen noch ungewohnte Berührungen und unangenehme Untersuchungen, die für ihn sehr beängstigend sein können. Die Angst vor dem Tierarzt ist daher ein weit verbreitetes Phänomen und sollte nicht unterschätzt werden. Es gilt, den Besuch so angenehm wie möglich zu gestalten, etwa durch beruhigende Worte, eine vertraute Schmusedecke oder kleine Leckerlis als Belohnung. Jetzt, wo du weißt, welche Dinge deinem Hund oft unbemerkt Angst machen, interessiert dich bestimmt auch noch, welche geheimen Wünsche er hat. Klicke einfach auf das linke Bild, um mehr dazu in unserem Video zu erfahren. Und falls du spezielle Tipps brauchst, um deinem ängstlichen Vierbeiner zu helfen, klicke einfach auf das rechte Bild, um dir in unserem Video wertvolle Ratschläge zu holen.